Strom kommt aus der Steckdose. Doch was passiert, wenn er plötzlich ausfällt? Wir verlassen uns darauf, dass Strom immer und überall zur Verfügung steht. Tut er das auf einmal nicht mehr, stehen wir vor einer ganzen Reihe von Problemen. Schauen wir uns zum Beispiel einmal an, was bei einem Stromausfall in einem Hotel passiert. Gäste gelangen nicht mehr in ihre Zimmer, weil ihre Schlüsselkarten nicht mehr funktionieren. Wer gerade am Computer arbeitet, verliert wichtige Daten, weil diese nicht gespeichert werden können. Und dann war die ganze Arbeit umsonst. Wenn Geräte nicht richtig heruntergefahren werden, können außerdem teure Hardware-Schäden entstehen. Der Restaurantbetrieb wird zum reinsten Chaos. Bestellungen gehen verloren und Rechnungen können nicht mehr ausgestellt werden. Solche Vorfälle werden in Zukunft immer häufiger auftreten. Vor allem mit kurzen Versorgungsunterbrechungen müssen wir immer rechnen. Wie können sie sich dagegen schützen? Mit den USV, den unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen von EATEN. Unsere Anlagen verhindern den Verlust ihrer Daten bei Stromausfall und ermöglichen das sichere Herunterfahren ihrer Geräte. Kurze Stromausfälle überbrücken unsere USVs problemlos, sodass dem weiteren Normalbetrieb, zum Beispiel in Hotels, Restaurants, Bildungseinrichtungen, Büros, Arztpraxen und viel mehr, nichts im Wege steht. Informieren Sie sich jetzt über die Einsatzmöglichkeiten unserer USVs und unser umfangreiches Sortiment.